Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Forza Horizon 4 News, erneut mit einer Spezialausgabe zu den Fähigkeitenbäumen, denn dort existiert ja seit dem Serie 9 Update ein großer Bug, der dafür gesorgt hat, dass alle eure Fähigkeiten, die ihr bereits investiert habt in bestimmten Fahrzeugen gelöscht gewesen sind und auch nach einem Neustart erneut wieder die Fähigkeiten verloren gehen. Und dazu gibt es jetzt eine erfreuliche Nachricht seitens Playground Games, denn ihr könnt nun wieder aufatmen und bedenkenlos Forza Horizon 4 spielen. Das Update ist nun draußen und es ist etwa 200 MB groß und sorgt dafür, dass euch die neu investierten Punkte in Skillbäumen nicht mehr verloren gehen. Das bedeutet, alles was ihr jetzt investiert, wird auch nach dem Neustart des Spiels wieder vorhanden sein. Allerdings sind noch nicht bei allen Spielern die alten Spielstände der Skillbäume wieder zurückgekehrt. So seht ihr es gerade hier auch bei mir im Video, das ist jetzt gerade nach dem Update aufgenommen worden, sind die Skillbäume noch nicht bei mir wieder aufgefüllt. Und auch einigen von euch wird es so gehen, dass die Skillbäume noch leer sind. Ihr müsst hier nicht erneut die Punkte wieder in die Skillbäume investieren, denn Playground Games verspricht im Laufe der nächsten drei Wochen, ja ihr habt richtig gehört, im Laufe der gesamten Serie 9, die alten Spielstände vor dem Bug wieder zurückzubringen bis zum Update der Serie 10. Das bedeutet konkret, ihr solltet mit euren Skillpunkten, die ihr noch habt, auch nur sorgsam umgehen und aktuell nur in Fahrzeuge investieren, die ihr neu kauft, beziehungsweise wo ihr wissentlich genau sagen könnt, ihr habt bei diesem Skillbaum bisher noch keine Punkte ausgegeben, so dass ihr jetzt quasi nicht Doppelpunkte ausgebt und später den alten Fähigkeitenstand wieder zurückgesetzt bekommt. Natürlich ist es jetzt möglich, in dieser Zeit gewissermaßen noch diesen Exploit auszunutzen, das bedeutet gegebenenfalls den Fehler im Spiel dazu zu nutzen, um zum Beispiel wie hier den Quarzregal ja Type-D oder ähnliches dann nochmal doppelt zu bekommen, aber das ist letztlich eure Sache, was ihr damit macht. Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle niemandem dazu dem Anreiz verschaffen, dass er das unbedingt machen sollte. Darüber hinaus möchte sich der Entwickler Playground Games bei allen betroffenen Spielern noch einmal mit einer kleinen Entschädigung für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und natürlich auch für die Wartezeit der nächsten drei Wochen etwas lindern, dass wir diese Zeit in Kauf nehmen müssen, denn es kann wie gesagt bis zur Serie 10 dauern, dass das Problem behoben wurde bei allen Spielern und dafür kam noch einmal hier auf dem Twitter-Account vom Forza-Support eine Nachricht, dass ab dem 13. Mai 10 Super-Wheel-Spins an alle betroffenen Spieler ausgeschenkt werden, die letztendlich dann in den Nachrichtenmenüs gefunden werden können und zwar unter der Rubrik Geschenke. Bitte denkt dabei daran, dass es sein kann, dass ihr nicht sofort am Montag, dem 13. Mai, diese 10 Super-Wheel-Spins bekommt. Es kann durchaus sein, dass auch diese erst in den nächsten Tagen und Wochen dann kommen, nach dem 13. Mai. Und das bedeutet nun für euch, ihr könnt nach dem Update wieder ganz regulär Forza Horizon spielen. Ihr müsst also nicht fürchten, dass eure Fähigkeiten, Punkte, die ihr nun ausgebt, verloren gehen. Allerdings achtet wie gesagt darauf, wenn ihr euch unsicher seid bei bestimmten Skill-Bäumen, ob ihr dort schon einmal etwas investiert habt, dann solltet ihr es erstmal nicht tun, bevor ihr den alten Speicherstand wieder zurückerhaltet. Und damit kommen wir noch einmal zu einem brandaktuellen Thema, denn seit heute gibt es auch den offiziellen Zitrone-Formel 77-Discord-Server. Der Einladungs-Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise ich werde ihn auch noch einmal im ersten Kommentar, das ich für euch anpinnen werde, unter dem Video noch einmal ergänzen. Und ich freue mich dort natürlich auf eine rege Beteiligung zu einem Austausch über Forza Horizon 4. Dort könnt ihr auch seltene Fahrzeuge verkaufen oder kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, dort euch auszutauschen über alle Informationen zu Forza Horizon 4 und natürlich auch Kontakt zu mir aufzunehmen. Und damit bedanke ich mich herzlich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch viel Spaß beim Zocken und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.